Wenn dich das Thema Dein Plan für mein Leben auch inspiriert, dann lade ich dich ein einen Rap, Slam oder Song zu schreiben und den an den Vocation Music Schul Award zu schicken. Du kannst dabei tolle Preise gewinnen und andere inspirieren, denn du weißt es gibt einen Plan für dein Leben. Das war's für heute. Ich habe ein paar Minuten, bis zum nächsten Mal. Ich habe ein paar Minuten, bis zum nächsten Mal. Ich habe ein paar Minuten, bis zum nächsten Mal.